So meine lieben Freunde und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Massive Motorsport Simracing. Mein Name ist der Herr Ludri und ich begrüße euch zu dem Rennen hier in Mexico City. Ein wunderschöner Kurs, sehr lange Geraden haben wir hier, zwei oder drei Stück sogar. Ja eigentlich zwei kann man sagen, wir sehen es gerade 23 Grad, es ist leicht bewölkt, wie immer. Ja aber diesmal kein Regen, weder am Qualifying noch im Rennen. Endlich mal wieder trockene Bedingungen für alle Fahrer. 4,304 Kilometer ist die Schrecke lang, wir haben 17 Kurven und haben zwei DRS-Zonen. Die lange gerade hier, der Startziehe sehen wir auch gerade, die ist eigentlich ideal zum Überholen. Ansonsten halt in einer Kurve 3 kann man auch nochmal wunderbar angreifen und versuchen zu überholen. Das klappt schon. So, das Qualifikationsergebnis kommt hier auch gerade. Auf Platz 1 ist der Alex mit einer 1,13,8,3,9. Auf 2 ist Lennart, auf 3 ist Dustin, auf 4 ist der Halutri, auf 5 ist der Marius, auf 6 der Spax Gamer, auf 7 der Novatec, auf 8 der B-Docs, auf 9 der Mima Max, auf 10 der Vatix, auf 11 ist Ich Bin ein Profi, oder I Bims ein Profi, sorry. Auf 12 ist Großartig, auf 13 ist Flömer, auf 14 ist Mike F1, auf 15 ist Sefi, auf 16 ist Stomme und ganz zum Schluss ist Pally auf Position 7. So, dann würde ich schon mal sagen, viel Spaß mit diesem Video. So, damit beginnt die Einführungsrunde in Mexiko. Mein Name ist Pally, bei meiner Seite ist dieses Mal der A. Flömer, hallo. Ja, wir sind in Mexiko zu Gast. Schöne Strecke. Dementsprechend, ja, die Jungs bewegen sich jetzt Richtung Einführungsrunde, beziehungsweise sind in der Einführungsrunde. Gleich beginnt der große Preis von Mexiko. Also, es sind nicht mehr viele Rennen zu fahren, heißt, es könnte schon mal einen kleinen Ansatz Richtung Meisterschaft geben. Es ist nichts entschieden, aber, ja, auf jeden Fall, wir sind in Mexiko, das habe ich jetzt schon ein drittes Mal gesagt. Nichtsdestotrotz, wir sind bei einer ziemlich technischen Strecke angelangt im Kalender. Es ist schwierig zu fahren, viele enge, aber auch schnelle Kurven, insbesondere im zweiten Sektor die berühmten Esses. Ja, da reicht einmal ein Quersteher und das Auto ist wirklich in der Wand. Und da müssen die Fahrer heute viel Konzentration und auch Können unter Beweis stellen. Aber ich denke, das werden die meisten hier bestimmt hinkriegen, vielleicht sogar alle. Naja, auf jeden Fall, ja, wir sind gerade on-board bei Halutri. Ja, bei Halutri. Genau. Ja, die Leute machen gerade ihre Reifen warm, das bedeutet... Boah, nochmal nochmal ein bisschen knack. Nichts anderes als die Reifen jetzt erstmal in die Temperatur zu bringen, um halt gleich einen wirklich guten Start in das Rennen zu kriegen. Ja, weil, wie gesagt, in Mexiko braucht man wirklich gute Reifen am Start, weil es eine lange Gerade ist, dementsprechend ein langer Weg bis zur ersten Kurve. Ähm, genau. Schauen wir mal, was bei Alex heute abgeht. In den letzten Malen war die Strecke jetzt nicht so der Fall von Alex, dann müssen wir so. Ja, er hat in Japan ziemlich viel Leistung gezeigt. Der eine oder andere Fehler war dabei gegen den Kontrahenten, der direkt hinter ihm startet dieses Mal, der Dustin. Und nur der Lennart, ja, ist dazwischen. Heißt, die drei werden sich jetzt einen guten Start liefern, aber auch Halutri auf P4 steht alles andere als schlecht da. Dementsprechend Windschaden-Luell in Mexiko. Ladies and Gentlemen, die fünf roten Lichter in Mexiko gehen jetzt an und gleich sind sie aus. Und damit ist der große Preis von Mexiko eröffnet. Guter Start von Halutri. Guter Start von Lennart, kann sich direkt parallel zu Alex setzen. Dustin kommt nicht gut vom Fleck, aber auch oben rechts sehen wir, dass ganz, ganz gut der V-Docs wegkommt, hat schon eine Position gewonnen. Im Vergleich zu Stomme, der hier gerade eine Position verliert. Und jetzt gehen wir in die erste Kurve. Onboard bei Halutri, es geht gut aus. Gewinnt die Position an Dustin, ist Position 3. Alex verliert Position 1 an Lennart. Guter Start von Lennart, muss man einfach mal loswerden. Der Junge kann echt verdammt gut starten. So, jetzt versucht das Feld sich erstmal einzuordnen. Wir haben immerhin 36 Runden to go. Das bedeutet nichts anderes als, ja, seine Position finden, das Rennen erstmal fahren. Ohpala, Stomme da. Ganz auf Abwegen, nehmen wir auf 1.0. Wir fahren. Wir sind Onboard bei Halutri in den Assis. Das erste Mal direkt im Renntempo. Die Runde ist nicht lang. Wir fahren hier unter 1.20 Minuten. Das bedeutet, der Start, den die Fans gerade gesehen haben, gleich werden sie die Autos das erste Mal auf Start und Ziel wiedersehen. Aber mit einer Positionsänderung von Lennart auf 1, Alex auf 2, Halutri auf 3. Ja, erstaunlicher Start von ihm. Halutri zu seinen Kontrahenten, den Dustin auch direkt mal ausgeschaltet am Start, sage ich jetzt mal. Lennart mit der schnellsten Runde konnte sich sogar schon 7 Zehntel absetzen. Ne, Quatsch, Entschuldigung. Ähm, war nicht 7 Zehntel. Es ist 6 Zehntel. Aber trotzdem starke Leistung von Alex, der jetzt wieder ran mit Windschatten gekommen ist. Und ja, Alex, Alex, der will sich das nicht nehmen lassen, hier in Mexiko seinen Fluch zu besiegen. Ja, ich denke mal, ja, einige haben es mitbekommen. Alex hat einen Fluch in Mexiko. Nichtsdestotrotz, er muss ihn besiegen, sonst wird das nicht. Ja, so wie es aussieht, konnte Halutri auf jeden Fall auch schon mal gut Abstand herausfahren auf Dustin, wenn man ganz leicht ab und zu noch im Rückspiegel sehen kann. Man muss ja definitiv aufpassen, wie man die Strecke und vor allem das Auto bewegt. Ich wollte es da ansprechen und schon haben wir einen Unfall. Acht, du gelbe Flagge in Sektor 2 Ausgang. Es ist, da hat sich eben ein Profi gedreht und es dann wohl in die Wand geknallt. Vielleicht bekommen wir dann Informationen im gameplay oder sonst was zu. Lennart wieder mit der schnellsten Runde. Und ja, worauf ich gerade hinaus wollte, war man muss wirklich darauf achten, wie man das Fahrzeug hier bewegt, weil zu viel, zu stark am Limit bedeutet, das Fahrzeug wird warm, die Temperaturen steigen, die Reifentemperaturen. Und das kann wirklich, vor allem in Sektor 2, wirklich zu großen Problemen führen. Dementsprechend muss man da seinen Rhythmus finden. Ich sehe das aktuell auf den Top 5. Das sieht ganz gut aus. Halutri fährt sein eigenes Rennen, der macht sich da gar keinen Stress. Auch die beiden da vorne, die geben sich nicht viel. Also die fahren zwar hintereinander, aber ja, fahren, würde ich jetzt mal aktuell behaupten, ihre eigene Pace heißt, dass Lennart minimal schneller ist, würde ich jetzt mal so sagen. So sieht es zumindest auf den Zeiten aus. Aber ja, man muss natürlich die Konstanz zeigen. Und das ist auf dieser Strecke besonders wichtig, weil neben dem sauberen Fahren und das eigene Auto nicht überfahren, dass man sich dreht oder an einen Unfall baut oder an einen Fehler macht, kommt hier ganz, ganz, ganz wichtig noch die Strafe zu. Weil ich meine, Leute, wir haben hier nicht gerade langsame Kurven, vor allem im Sektor 2, wie gesagt, ich betone es, die ESs sind dafür berüchtigt, dass man Zeitstrauen kriegt. Alex verbremst sich. Das ist nicht gut, damit ist das DAS-Fenster raus und Halutri ist drin. Ja, aber wie gesagt, mit den Zeitstrafen, man muss da wirklich aufpassen, was man macht, weil so eine Zeitstrafe kann jemanden auch wirklich das Rennen kosten. Aber es ist nicht nur von den Zeitstrafen, sondern auch von den Strafen durch Unfälle etc. Wir werden mal gespannt, wie das im Laufe des Rennens aussehen wird. Runde 4 sind wir jetzt. Und oben rechts könnte es auf jeden Fall auch spannend werden. Dustin ziemlich nah bei Marius und V-Docs auch direkt dahinter. Ja, also bei Dustin aktuell von der Pace nicht so. Er ist ja momentan eher so ein bisschen, also in Japan war er wieder gut, aber jetzt in Mexiko ist er nicht ganz on point anscheinend. So sieht es zumindest meiner Meinung nach aus. Es ist natürlich nicht der große Abstand jetzt Richtung Spitze, aber das sind jetzt schon drei, vier Sekündchen, die der Abstand hat hier um die Spitze. Man sieht auch klar und deutlich, Lennart, der setzt sich schon wieder ab. Also kaum ist Lennart dabei, ist das echt schwierig, da einen Gegner zu finden. Also der Junge hat einiges auf Talent, beziehungsweise hat einiges an Talent. Und man sieht das auf jeden Fall, weil kaum ist Alex aus dem BRS-Fenster, ist der wie eine Rakete und kaum sieht man ihn. Ich glaube, der hat das Gefühl, der will gar nicht in die ganze Show hier rein, in das ganze Video hier. Ja, zum Thema Strafen werden wir bestimmt auch noch mal einiges hören. Ja, wie gesagt, Mexiko ist ein langes Rennen, da kann viel passieren. Und ja, die meisten sind auf den Mediums gestartet. Ganz kurze Information, es gab am Start ein kleines Problemchen, weshalb nicht alle Fahrer ihre Strategie auswählen konnten. So sieht es aus und so ist es auch gewesen. Dementsprechend sind ja auch manche nicht auf der richtigen Strategie unterwegs, was auch wirklich ärgerlich ist, weil ich meine, wer will auf der falschen Strategie starten? Man sieht das bei Mercedes-Piloten aktuell. Und auch bei dem Sauber-Piloten. Das ist nicht so ganz richtig, aber ist jetzt so. Ja, jetzt heißt es einpendeln. Halutri bleibt hinter Alex mit derselben Pace, kann sich auf jeden Fall im Fenster halten. Wir sind jetzt rechts bei der Mercedes-Benz on board und in der Mitte hat man die Sicht gewechselt. Wir sind jetzt bei der schnellsten Haas aktuell. Der Spex Gamer. Genau, oder Spex Gamer. Ja, der ist auch ziemlich dicht bei V-Docs dran und dem Dreierbündel. Ja gut, wir sind in Runde 5, also da heißt es noch nicht wirklich viel mit, ja, mit jetzt groß Gap verlieren oder sowas. Ich meine, das Feld ordnet sich gerade. Wir sehen es unten in der Minimap, dass die Spitze jetzt schon ein bisschen weiter abgeschlagen ist. Spex Gamer hat ein bisschen den Anschluss nach vorne an V-Docs nicht richtig. Aber ich denke mal, im Laufe des Rennens wird das bestimmt noch klappen. Und dann wird er aufschließen und dann sind wir da bestimmt gespannt, was da für ein Zweikampf herrscht. Bei Pally sieht es aktuell auch ganz gut aus. Ist er von 17 gestartet, ist jetzt auch schon bei P11 und auch schon am Fighten und P10 mit Minimapax. Man muss ja ganz ehrlich sagen, bei Pally ist es auch wieder nicht so ein super Qualifying gewesen. Also ich meine, es ist zwar nicht on Broadcast hier, aber wir haben es natürlich live miterlebt. Dementsprechend, ja, für ihn liebes alles andere als gut. Ich meine, von P17 zu starten als momentan Zweiter in der Meisterschaft. Ja, was da nicht richtig funktioniert hat, keine Ahnung. Gibt auf jeden Fall ein Besseres. So, Pally hängt hinter Minimapax. Das ist alles Zeit, was er verliert. Er ist auf derselben Strategie wie die Spitze. Und alles, was er hier nicht an Zeit gut macht, wird ihm am Ende durch den vielleicht andere Strategie... Wow, Sephar. Ja, Off-Track pushen. Ja, der hat... Ja, ganz genau. Wird ihm am Ende vielleicht an Zeit einfach fehlen, was ihm was bringen würde in Richtung... Ja, nach vorne, aber mal schauen. Ja, jetzt mit DRS. Jetzt sieht er ganz normal vorbei. So, großartig der Nächste dann auf Platz 9. Ja, jetzt ist er schon in den Punkten, nach sieben Runden. Und Pally direkt wieder DRS ist mit dabei. Jetzt geht's wieder vorwärts. Sparks Gamer schließt auf V-Dogs auf. Und auch Flömer kämpft hier mit Sepharah, der gerade eine nicht so ganz faire... Man kann schon fast Dive-Bombs sagen. Also es war eine Dive-Bomb von Allerfeinsten, wo Flömer dann achtsam war und ihn durchgelassen hat. Ich habe auch einen letzter Stunde runtergeführt. Ja, Under Investigation. Glaubst du, das ist Under Investigation fähig? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Das wurde schon ein paar Mal angesprochen, auf jeden Fall. Ja, es gab ja auch schon ein paar Strafen wegen Off-Track-Pushen, etc. Ja, bin ich mal gespannt, was passieren wird. Ja, die werden richtig schlecht. Also ich kann mit Veltics mithalten, ne? Wir verfolgen das Feld hier natürlich live mit. Und wir sehen auch unten auf der Minimap schon, dass nur zwei Autos, ja okay, drei Autos abgeschlagen sind vom Feld. Und das sind aktuell ein Mercedes, ein Ferrari und ein Williams, das ist der Maverick, der auch wirklich nicht in Fahrt kommt. Also man sieht das über die ganze Saison schon, dass der zweite Williams-Pilot eigentlich nur, ja jetzt nicht falsch verstehen, aber er ist eigentlich nur, dass jedes Team zwei Fahrzeuge hat. Also er macht da nicht wirklich viel, was die Punktewertung angibt. Ich meine, Halute hat jetzt in jedem Rennen, außer wo er diese zwei DNFs hatte, ja die Punkte alleine geholt. Also von einem Teamkollegen kann man da jetzt nicht viel erwarten. Wir werden nicht in der One-Stop-Schickung, ne? Er hat da, soweit ich weiß, auch zwei, drei Punkte gekriegt. Ja, fünf Stück. Genau, danke, fünf Stück, aber nicht wirklich, ja, plausibel, um zu sagen, wir sind jetzt gerechtfertigt dieser, diese Position in der Konstrukteurmeisterschaft. Also alles andere als positiv und, ja, das ist natürlich alles andere als gut, wenn man das mal in Betracht zieht, dass wir halt schon, ja, in Mexiko sind. Ich meine, die Saison ist bald rum und dann da sowas ist, also, ja, alles andere als gute Leistung von ihm. Wir haben es schon angesprochen, in einem Rennen haben wir es auf jeden Fall schon angesprochen und, ähm, das war vor der, vor der zweiten Saisonhälfte und, ja. So, jetzt oben rechts die Attacke von Palli auf Welthix. Mit DRS sollte es jetzt auch recht einfach sein, auf jeden Fall, ja. Da ist er schon am Vorbeifliegen. Und auch unten auf der Hauptsicht, dann könnte es auch spannend werden. Und auch mit DRS, Specs Gamer und gegen V-Docs. Ja, man sieht, die Softs lassen nach. V-Docs ist am Struggeln, der Vordermann Dustin ist ja auch auf Medium, die konnten sich absetzen. Also das hat Specs Gamer eher Zeit gekostet jetzt, hier hinter V-Docs zu bleiben, als ihm da den Anschluss zu bringen. Und, ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann einen Softfahrer vor sich hat, aber... Da kann man nichts gegen tun. Ja, Specs Gamer auch jemand, der sehr, sehr, sehr viel Unglück jetzt in den letzten Rennen hatte. Man muss ehrlich sagen, in Russland, das war ja schon, ja, eine komische Situation da zwischen den beiden. Ich denke, du erinnerst dich. Ja, prima, schon ein bisschen komisch auf jeden Fall. Vor allem mit Marius. Ja, die Schuld hat er sich nicht ganz zuzuweisen, zumindest was das Teil anging. Den Rest schon, aber für ihn ist es auch eine durchwachsende Saison. Ich meine, wenn ich mich an das Debütrennen in Frankreich erinnere, da hat er mit dem Landsteil. Und, ja, jetzt ist er ein bisschen weiter hinten, was ja auch nicht verkehrt ist, aber man erwartet ihn definitiv weiter vorne. Ja, es sind ja auf jeden Fall auch noch um die 26 Runden. Da gibt es auf jeden Fall... Genau, genau, das ist der Hauptfaktor erstmal, ja. Palli jetzt schon auf Konfrontationskurs mit V-Docs, der jetzt, ja, jetzt in die Schikane einbiegt und Palli jetzt schon in die Schikane einbiegt. Also so viel Zeit ist es nicht mehr, es sind noch 5 Sekunden circa und die muss Palli aufholen und dann wäre er schon dran an den Top... Ja, an den Top-Leuten schon fast. Zumindest was V-Docs und Spack-Scammer angeht. Also, der Bursche holt Zeit auf. Man sieht das immer wieder, diese S-Kurven. Es ist einfach wirklich schwierig, dort reinzufahren und sauber rauszukommen und dann gleichzeitig auch noch schnell zu sein. Das ist immer, ja, eine Herausforderung für sich. Das ist das, was die Strecke auch wirklich so besonders macht. Dieser zweite Sektor und die langen Geraden, diese zwei DRS-Zonen, die direkt wirklich dem Fahrzeug und dem Fahrer alles abverlangen. Dieses Top-Speed, wirklich das Auto auf Top-Speed setzen und im zweiten Sektor so viel Zeit wie möglich rausholen, um dann wirklich perfekt durch die Kurven zu fahren. Das ist wirklich das Herausfordernde hier auf Mexiko. Ja, nochmal eine Nummer größer wäre nur der Regen. Wenn der noch kommen würde, dann wäre hier Not am Mann. Also, dann können wir uns ja auf ein richtig spannendes Rennen freuen. Aber das können wir auch so, denn wir sind Runde 11 und wir sind langsam aber sicher in dem Boxen-Stop-Fenster der Mediums. Also, es dauert nicht mehr lange und dann wird es auch soweit sein, dass die Ersten stoppen. Und vor allem kann man dann sehen, wer auf eine Zwei-Stop geht und wer auf der Ein-Stop bleibt. Weil beides ist möglich und vor allem beides ist schnell. Ob man jetzt Medium-Hart fährt oder Medium-Medium-Soft, das ist ganz egal, denn beides ist fast gleich schnell und fordert wirklich enorm viel Konzentration und Talent vom Fahrer. Dementsprechend, ja, ich denke mal so, dass in zwei, drei Runden die Ersten an die Box gehen werden, um halt mit der Zwei-Stop-Strategie vielleicht sich einen Vorteil zu erschaffen. Weil, ich meine, wir sehen es, dass Dustin, Marius und, ähm, ja, Dustin und Marius, die sind am Kämpfen, währenddessen Alex und Halutri dazwischen sind quasi, sind etwas weiter vorne. Und genau in diesem Fenster musst du jetzt versuchen zu bleiben. Und wenn du dann halt wirklich zwei Runden früher stoppst und dadurch einen Zwei-Stop machst, kann es wirklich sein, weil die Reifen hier schnell abbauen, dass du dadurch Zeitvorteil hast. Und diesen Zeitvorteil kannst du wirklich nutzen, um am Ende dann theoretisch aufs Treppchen zu fahren. Also, ja, Marius hat jetzt auf jeden Fall Dustin schon mal überholt. Fürs Erste, aber abwarten. Ja, Marius... Können Sie sich nicht schnell wieder ändern? Marius ist auch jemand, ähm, der hat sich über die ganze Saison schon wirklich positiv entwickelt. Man muss sagen, in Kanada Startschwierigkeiten, ja, dann in Österreich, also alles nicht so... Also, natürlich waren Punkte drin, aber Startschwierigkeiten kann man halt nur sagen. Und jetzt sieht man sich das so an und Marius fährt hier ums Podium mit. Also, starke Leistung von ihm, eine wirklich, ja, lobenswerte Lernkurve, die man hier sieht. Und genau sowas brauchen wir hier auch. Denn, äh, wir wollen ja Fahrer haben, die, ja, die auch etwas beweisen, die etwas können. Und, äh, vor allem die auch sauber fahren. Und ich denke mal... Ja, da haben wir es gesagt. Spex Gamer geht rein. Sein erster Stop. Er wird also auf die Zwei-Stop gehen. Der Erste aktuell hier bei uns, den wir live verfolgen können. Und das sieht alles andere als blöd aus. Halutri ist auch in der Box. Der macht hier einen Stop. Das ist perfekt. So können wir nämlich direkt mal zeigen, wie das Ganze hier funktionieren kann. Wir sehen, dass Halutri in der Box zwar die Harten drauf hat jetzt, um theoretisch den Undercut zu wagen. Und wir werden sehen, was daran, wie das funktioniert. Denn der Undercut ist hier wirklich, ob man es glaubt oder nicht, der kann hier wirklich ganz viel Zeitunterschied bringen. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Also, seid euch auf jeden Fall gespannt. Halutri jetzt drinnen. In der Box gewesen. Alex war noch nicht in der Box, während Dustin und Marius fighten. Also, ihnen wird das einen Vorteil bringen. Warum Spex Gamer jetzt auf dem Soft ist, kann man machen, muss man nicht. Ich denke mal, er versucht sich dadurch einen Vorteil zu schaffen, um dann wieder nach vorne zu kommen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Es ist gar nicht mal falsch. Aber er fordert jetzt wirklich Konzentration, weil die Temperaturen jetzt wirklich in die Höhe steigen. Oh Gott, verbremst des Todes. Der zweite Sektor ist auf jeden Fall schon der beste zurzeit. So, Palli zum Beispiel bleibt draußen. Flömer auf den alten, knackigen Softs. Das wird auch nicht mehr so viel vom Hering jetzt hier sein. Sagen wir es mal so, wie es ist. Also, nach 14 Runden mit den Softs. Ich glaube, er dürfte schon in der Box gewesen sein. Ja gut, das kann natürlich sein. Das andere wäre auch ein bisschen komisch. Kann sein. Ne, ne, ne. Was ist das denn bei mir? So. Einfahrt Sektor 2 mit Spex Gamer. Äh, Spex Gamer. Ja, ich schaffe das nicht, den Namen richtig zu sagen. Entschuldigung dafür. Auf jeden Fall, Dustin auch auf den Harten, der, ja, war ja jetzt erstmal nicht Gefahr für Halutri. Man sieht, ja, das hat Spex Gamer hier nicht wirklich viel gebracht. Dustin hat natürlich die Position, ist erstmal verloren an Marius, denn der fährt jetzt in die Box, gleichzeitig mit Alex, während Lennart noch draußen bleibt. Und Pally, der jetzt gleich am Start im Ziel biegt, bin mal gespannt, was da so passiert, ob er auch reingeht. Ja, Pally geht auch rein. Pally geht auch rein. Ganz genau. Also, momentan viele auf Strategie und auch bei dem Mercedes-Piloten sieht das nach einer Einstopp aus. Oh, yeah. So, Spex Gamer, schnellste Rennrunde. Ja. So. Und das jetzt hinter Marius mit 20 Sekunden Abstand. Ach, ja. Man kann davon nicht mehr... Ja, nee, das war vor der Boxenstopp. Das Delta. Ja, gut, das stimmt, ja. Man sieht ihn ja schon im Hintergrund. Ja, genau, da vorne ist er schon. Genau. So, Dustin hat es geschafft, gegen Marius den Undercut zu setzen. Marius arbeitet allerdings jetzt auf den Softs. Ja, das wird jetzt ein Riesenunterschied. Also, der Marius wird da gefühlt wieder ranfliegen. Onboard bei Novatec. Schönes Bild. Tore Rosse Pilot. Oh, das ist... Onboard direkt gegen seinen Teamkollegen. Oh, wei. Ob das gut geht? Wir haben es schon gesehen. Es hat nicht immer richtig funktioniert. Aber hier sieht es alles sehr sauber aus. Ist ein Kampf ohne Punkte, aber ein Kampf. Ja. Während Novatec... Ja, der hat... Man... Das habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Novatec hat am Start wieder einen Fehler gemacht. Und das war in Japan schon so, wo er sich am Ausgang der Haarnadel gedreht hat. Also Novatec, der am Anfang wirklich eine fehlerfreie Saison gefahren ist, der ist jetzt aktuell so ein bisschen auf Fehlerkurs. Wir sehen unten rechts übrigens einen Angriff von Marius an Dustin. Ich denke mal, das wird, wie gesagt, nicht lange dauern. Und jetzt ist es das Windschatten, Topspeed-Duell und die Autos sind auf gleicher Höhe. Also... Sieht interessant aus. Dustin und Marius geben sich hier nicht viel. Also auch wenig Platz die beiden gehabt jetzt gerade. Starke Leistung von Marius. Ich denke mal, das wird auch kein Problem, dass er sich da jetzt absetzt. Ich meine, er hat den großen Reifenvorteil, den größten, den es auf der Strecke gibt. Und somit wird das allerdings erstmal ja, keine wichtige Rolle spielen. Eine wichtige Rolle spielt es, während Maikov einst seinen Teamkollegen überholt. Allerdings wird das eine wichtige... Wird das eine wichtige Rolle für Harutri sein, weil wenn Marius sich jetzt während er eine Zahlstrafe kriegt, während er sich jetzt mit Harutri bettelt, dann könnte es für Dustin einen Vorteil geben, weil er kann dadurch wieder ranfahren und wäre dann quasi gleich mit Harutri und würde dadurch wirklich dann auch einen Kampf geben. Während Harutri ja direkt dran ist jetzt an Alex, der jetzt auch einen Angriff starten kann, wenn er einen perfekten Exit trifft. Wir sind nicht on board bei ihm, dementsprechend können wir es nur bei Marius verfolgen, aber auch das reicht uns, um eine Prognose zu stellen. Mario schnellste Runde. Ja, ich denke mal, Top-Fahrer, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ja, wir gucken gerade außerdem dem wunderschönen Torosso-Kampf hier zu. Die beiden waren natürlich schon in der Box. Bike F1 wird nochmal stoppen, bei Novatec bin ich mir nicht so sicher. Der wird das wahrscheinlich durchfahren. Ja, gehe ich mal von raus. Auch wenn er am Start den Unfall hatte und den Flügel verloren hat. Aber ich denke, das wird für ihn der letzte Reifensatz sein. So, Marius ist jetzt gleich dran an der Podium, an dem Podium. Aktuell sind auf dem Podium Lennart, der schon wirklich Felten weg ist wieder. Also nicht Welten, aber Ja, schon einiges auf jeden Fall. Drei, vier Sekunden sind das auf jeden Fall. Und dahinter direkt dicht gefolgt von Alex und Halutri. Also die beiden geben sich nichts. Mike F1, schlechter Exit aus der Schikane, Angriff von Novatec. Ich denke mal, das ist kein Problem. Später bremsen, außen überholen oder ja, so. Und jetzt Mima Max direkt davor. Und jetzt gibt's den taktischen Vorteil Mima Max. Ja, ich denke mal, das wird Novatec jetzt machen, um dann halt wirklich vorbeizukommen und in Richtung Punkte zu kommen, weil man sieht, dass sie sind erreichbar. Da vorne das nächste Auto, was in den Ss fährt, ist schon in den Punkten dementsprechend. Es ist nicht weit bis zu einem Punkt. Angriff Marius, Halutri, ich denke mal, da haben wir gerade drüber gesprochen. Jetzt ist es soweit, Marius kann später bremsen, eingefahren in die Schikane und Halutri direkt zurück. Das ist das Intelligenteste, was du in dem Moment machen kannst. Weil es bringt nichts, mit jemandem zu kämpfen, der auf einer ganz anderen Strategie ist. Das kostet dich einfach selber nur Zeit und das war wirklich perfekte Rennintelligenz. Ich denke mal, das wird Alex genauso gemacht gleich. Wenn er nicht in den Ss überholt wird, weil dann muss er sich wieder vor ihn setzen. Angriff Novatec, Mima Max, Slipstream und kein Problem und vorbei. Vielleicht passt es sogar für Mike F1. Nein, 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 nein. Nein, das reicht nicht. Ja, aber Mima Max ist schnell gebremst. Ja, so ist jetzt Mike F1 auch vorbei. So. Ja, da vorne ist dann schon Showtix oder Veltix. Der eine Punkt schon mal für Novatec wartet da vorne. So. Angriff, Marius, Windschatten, überholen, fett und man sieht schon ohne DRS, wie er ranschießt. Ich glaube, Alex, der macht gar nichts. Man sieht, er macht einfach nichts. Er stellt seinen DS gar nicht hoch, weil man weiß, man muss sich gegen ihn nicht verteidigen. Er ist auf einer ganz anderen Strategie. Auch das war einfach wirklich gut und alles andere als falsch. So sieht's aus. Jetzt kann er erst mal Angriff, Marius kann erst mal Angriff nach vorne machen. Ich denke mal, wenn er in der Reichweite von Lennart ist, dann werden seine Reifen langsam nachgeben, weil er fährt hier immer noch Top-Zeiten, also Sektor-Bestzeit über Sektor-Bestzeit. Wenn ich das so richtig gesehen habe, waren das 5, irgendwas Sekunden, die jetzt Marius hinter Lennart ist. Ist auf jeden Fall einiges noch an Abstand. Ja, obwohl man wie gesagt bedenken muss, der Reifenunterschied, Marius den schnellsten Reifen, Lennart den härtesten Trockenreifen, dementsprechend. Könnte es auch ziemlich schnell gehen, also jetzt sind es noch 4,7 Sekunden. Ja. Und das in einem Sektor. Auch Alex bleibt hinten dran, das ist natürlich für ihn ein Vorteil jetzt, weil er ist noch im DRS-Fenster und der wird sich gleich die Hände reiben von einem Fahrzeug gezogen zu werden. Ja, wenn er nicht schon rausgeflogen ist, jetzt gerade beim Exit, aber er würde sich die Hände reiben von einem Fahrzeug gezogen zu werden, was Softreifen hat. Ja, ich versuche auch vielleicht jetzt hinter Weltkrieg zu bleiben und dann Softreifen. Die Hände reiben von Mimamax sehen auch nicht mehr so ganz frisch aus auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die werden definitiv schon fertig sein. Man sieht, der rutscht und rutscht. Aber er will die einen Stopp machen und Dustin mit den Softs. Die fühlen sich eigentlich noch jetzt Dustin. Onboard bei Dustin, einer der Topfahrer hinter Halutri aktuell. Die beiden haben die harten Reifen. Sind ja theoretisch Podiumskandidaten. Einer kann noch aufs Podium, wenn Marius hier jetzt nicht den Hammer raushaut und dadurch wirklich dann richtig Zeit gewinnt, um noch den Stopp auszugleichen. Halutri weit, Fehler in NS ist. Das war das, was ich am Start gesagt habe. Man muss hier wirklich Runde für Runde dieselbe Kurveneinfahrt abspielen, damit das alles perfekt passt. Und schon ist Dustin dran. Man sieht, dass das richtig Zeit kostet, wenn man den Apex nicht trifft. Und ja, jetzt wird es soweit sein. Der Angriff von Dustin gegen Halutri raus aus der letzten Kurve. Schön auf die lange Gerade heraus. Podlab jetzt Richtung überholen. DRS und schon beginnt das Duell des Windschatten auf Mexiko. Renault gegen Williams. Kampflinie gibt es keine von Halutri. Dustin scheint ein Stückchen schneller zu sein. Zieht auf die Diallinie in letzter Sekunde. Und da gibt es die Dive-Bump von Halutri. Bleibt neben ihm. Dustin macht es zu, während Halutri neben ihm ist. Und die beiden drehen sich. No. Oh wei, das gibt es doch nicht. Und Pally ist vorbei. Das ist... Nein, 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 nein. Ja, Leute, so fährt man kein Rennen. Ja, da gab es jetzt einen Unfall, sowohl Dustin als auch Halutri. Ja, nicht nur kaputte Reifen, sondern auch einen kaputten Flügel. Ja, auch Spax, Spax Gamer ist wirklich vorbei jetzt. und den wird das ebenfalls freuen. Also, alles andere halt schön. Aber deine Platzierung ist ja halt trotzdem am Arsch, ne? Sowas ist bitter. Eigentlich ziemlich. Da hat man so ein schönes Duell und jetzt ist das Rennen für die beiden gelaufen. Ärgerlich. Ja. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Mike F1 an V-Docs dran. Ja, wir werden gleich nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Wir lassen es immer kurz sacken. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch, was den Crash da anging. Also, ob das so mit richtigen Dingen zu ging. Wir werden es sehen. Also, Dustin geht auf jeden Fall in die Box. Halutri, wie es aussieht, ist draußen geblieben. Ja, passiert. Ja. Eieieiei, ja, jetzt kommen wir auf die Situation zurück. Oh, Sperg's Gamer hat die Session verlassen. Ich glaube, nicht gewollt. Auf jeden Fall kommen wir mal zu dem Unfall. Wir haben gesehen, Dustin hat Halutri überholt auf der Langgraden. Hoppla, V-Docs auch. Verbindung zu Steam verloren. Und auf einmal sieht Dustin auf die Ideallinie zurück vor Halutri. Ja. Halutri hat natürlich keine Chance mehr wirklich vernünftig zu bremsen, muss dann natürlich ausweichen, ist in dem Moment dann natürlich auch innen in der Kurve und Dustin hat ihm dann auch recht wenig Platz gelassen auf jeden Fall. Genau so ist meine Denkweise auch. Ich sehe das genauso wie du. Das war, also ich glaube, da hätte sich jeder erschrocken. Klar kann man davon ausgehen, ey, der würde jetzt auf meine Linie ziehen, aber es ist strikt untersagt, das ist einfach nicht richtig, sowas gegen seinen Kontrahent zu machen, es soll fair auf der Strecke bleiben und da muss man nicht in so einem Last-Minute-Move da so machen, auf die Ideallinie ziehen. Eigentlich genau beim Bremspunkt die Ideallinie zu versperren. Ja, das ist nicht richtig, also da hätte man einfach geradeaus weiterfahren können. Und wenn es die zwei Zehntel kostet, ich meine, das ist eine Kurve, die auf eine andere Kurve fährt, also da gewinnt man sowieso keine Zeit. Ich verliege gerade so viel Zeit bei den Überrundeten. Dementsprechend wäre das quasi Käse gewesen. So hat er jetzt im Endeffekt viel mehr verloren. Jetzt haben sie beide mehr verloren und ja, Halutri war danach, hat es ausgewichen Richtung zweite Schikane, also Ausgang der Schikane, war ja dann neben Dustin und da sah das auch wieder nicht so toll aus von den, ja, in der Situation da sind. Viel weiter außen als Halutri, ist ja klar. Und auf einmal nimmt er fast den gesamten, ja nicht ganz, aber er nimmt ein bisschen vom Apex mit und ja, versperrt sozusagen Halutri wieder den Weg, nimmt ihn wieder mit und dadurch, das hat Halutri bestimmt den Flügel gekostet. Ja, man sieht, er ist in der Box gewesen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber, ja, wie gesagt, es gibt viele, viele Meinungsverschiedenheiten. Und da ist er jetzt auch DNF. DNF. Kade auf jeden Fall. Ja, ärgerlich. Aber wie hat er das geschafft, da hinzufahren? Ja. Ja. Leif-Sicht dann wohl jetzt, weil ein Auto ausgeschieden ist. Und das ist jetzt total bitter, weil jetzt aktuell beide Williams-Piloten nicht am Rennen, ja, keine Punkte holen. Äh, dass Maverick natürlich am Start des Rennens war natürlich Quatsch, der ist ja gar nicht am Teilnehmen. Tut mir leid. ja, ähm, solche Fehler unterlaufen auch den besten, was? Nö. Auf jeden Fall live bei Lennart, den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Und der fährt wieder ein einseitiges Renn. Marius auf zwei, Alex auf drei, Pally auf vier mit 2,8 Sekunden. Abstand auf Alex. Okay. Interessant. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Lennart, Start und Ziel, Runde 25, also noch genau zehn Runden to go ab jetzt und ja, elf Runden sind's, Entschuldigung. Ja, elf. Ja. Und wir sehen jetzt die richtigen Abstände, also 4,6 Sekunden von Marius. Also er konnte mit den Softs nicht mehr so viel Zeit aufholen, wie es am Anfang aussah. Also man sieht die Softs so schnell, wie sie auch sind. Sie lassen irgendwann nach. Das ist immer so bei dem Schnelldreifen. Dann drei Sekunden dahinter Alex und 16 Sekunden dahinter Pally. Also jetzt sind die Abstände richtig. Ja. So, großartig auf jeden Fall ein Boxenstopp jetzt. Ja, der macht ja auch die zwei Stopp. Genau wie sein Teamkollege heißt jetzt noch mal die Softs drauf und bis zum Ende fahren. Ja. Das sind dadurch wieder nach vorne gerutscht. Backscammer, der Teamkollege ebenfalls nach vorne gerutscht. Ja, denke mal, da wird großartig rausbleiben und ganz, ganz, ganz weit hinter Mike F1 und Veltix sowie Vidox. Vidox aktuell so ein bisschen der Verlierer des Rennens, würde ich sagen. Also von P5 Richtung PC. Ja. Veltix gegen Mike F1. Mike F1 in der Position verloren. Ja. Pally dagegen ganz klar bis jetzt der Gewinner, würde ich mal so sagen. von Platz 17 auf 4 aktuell vorgefahren. Das ist schon stark. Ja, natürlich. Man muss aber ehrlich sagen, profitieren tut er natürlich auch von vielen Fehlern anderer. Opla, Lennart, da hat er aber einen riesen Lockup auf beiden Reifen gehabt. Sollte man nicht so häufig machen, dann sagen die Reifen nämlich ganz schnell mal. Tschüss. Ja, ansonsten, der Pally hat natürlich auch ziemlich stark davon profitiert, was den Unfall da zwischen Dustin und Halutri da betroffen hat. Pally jetzt auf Position 3, Marius auf Position 4. Der war nochmal in der Box und somit wird Marius jetzt das Rennen zu Ende fahren und hat eigentlich den Podiumsplatz sicher, wenn er jetzt nicht irgendwie einen blöden Fehler macht. Denn der hat jetzt nochmal die Softs drauf und glaub mir, damit wirst du einem Pally, der auf alten Harten ist, sowas von wegfahren. Ich denke mal, da wird sich der gar nicht irgendwie drum kämpfen. Ich denke mal, das haben wir ja auch gerade bei den anderen gesehen. Also bei Marius, der hat ein bisschen Glück, der kommt da überall, der flutscht da einfach durch. Und bei Alex schon. 3 Sekunden noch. Bis jetzt sind es bei Alex auf jeden Fall ganz gut aus. Mal gucken, ob er bis zum Ende seinen Fluch dann besiegeln kann, sag ich mal. Oder ob dann doch noch was kommt. Ja, seinen Fluch besiegelt er ja nur, wenn er erster wird, sag ich jetzt mal. Ob er das wird, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht mehr passiert, aber weil er hat 8 Sekunden und der ist das ganze Rennen fehlerfrei gefahren und wir kennen ihn ja von den Rennen davor. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch was ändert. Mario ist jetzt an Pally vorbei. Jaja, ich denke, ich habe es gesagt, also da wird nichts passieren. Wichtig ist für Pally, glaube ich, nur P4 nach Hause und dann vor Dustin bleiben. Der wahrscheinlich, so ist das mein Ansatz, ja gut, Pally kriegt auch Strafen, super, ist nicht viel besser, aber durch den Unfall mit Halutri und Dustin, wird es da auch eine Strafe geben. dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, wie hoch die ausfallen wird und, ähm, genau. So, Weltig sitzt auch in der Box. Und zerfahren wir auch. Aber eins muss ich dir mal sagen, für immer, ne? Ja. Also mir ist was aufgefallen in den Rennen, jetzt nicht falsch verstehen, da, aber Stimme, fährt mal durch. Mhm. Also, Japan hat es nicht lang gedauert, die Rennen davor hat es auch nicht lang gedauert. Ja gut. Ja. Nicht schlecht. Marios schnellste Runde, ich denke mal, das wird auch die schnellste Runde des gesamten Rennens sein jetzt. Ja. Da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Marios wird die 14 Sekunden aber nicht mehr auf Alex holen. Also, da müsste schon ein Wunder passieren, dass da noch was passiert. Aber der Abstand auch von, von Pally auf Alex war, ist jetzt wirklich nicht größer geworden. Also es sind glaube ich drei Zehntel, die Pally jetzt verloren hat pro Runde. Heißt, das ist alles andere als schlecht und sieht wirklich sehr souverän aus. die Top 5 sind alle ja, ganz schön schnell unterwegs, muss man sagen. 29. Runde, Lennart fährt einfach sein eigenes Rennen. 8,6 Sekunden auf den zweiten zweitplatzierten Alex, der ebenfalls wirklich einfach, ja, aktuell erstens mal WM-führender ist mit gefühlt 100 Punkten, was nicht so ist, aber, also da fehlen ja Welten zwischen Pally und Alex. Also Alex könnte jetzt erst mal drei Rennen ausscheiden und Pally müsste erst mal ein paar Pünkt hineinfahren, damit da irgendwann noch was wird. Aber rechnerisch gesehen ist hier noch nichts entschieden, so viel kann ich sagen, denn selbst wenn Alex jetzt Unfälle über Unfälle baut und der dritt oder viert platzierte die Rennen, sag ich jetzt mal, gewinnt oder wirklich gute, gute Punkte holt, dann kann das auch was noch mit der Meisterschaft werden, denn ja, soweit sind die Jungs hier nicht auseinander und da sieht man einfach, dass wir ein klasse Feld haben. Klasse, enges Feld und auch das Mittelfeld tut sich nicht, da ist ja noch gar nichts entschieden, also da ist ja von P4 bis P7 oder P8 in der KWM noch gar nichts entschieden, also da kann noch alles passieren. Dementsprechend freut euch nicht zu viel auch früh aufs Finale, das Finale ist ja nicht in Abu Dhabi, ich hätte es mir natürlich gewünscht, aber durch die fehlerhaften Lobbys dieses Spiels konnten wir das leider nicht anders drehen, als dann halt China, als auch Silverstone zu verlegen, das ist dann ganz, das Ganze ist dann nach dem quasi offiziellen, inoffiziellen Finale, somit fahren wir unser Finale dann in Silverstone. Ja. Das ist leider ein bisschen schade, denn F1 ist, ja, es ist ein offizielles Spiel und so offiziell kommt es mir nicht rüber, so viel Bugs besser hat, aber egal. So, Pali aktuell P4, 4,1 Sekunden, der verliert zwar richtig Zeit auf Marius, aber das kann ihm ja egal sein, denn der Abstand zwischen Dustin und Pali bleibt fast gleich. Pali hat nämlich übrigens, nochmal so zur Information, 6 Sekunden und das könnte, wenn Dustin jetzt aufholen würde, noch richtig kritisch werden. Auch wenn es aktuell nicht ist, aber ja, die beiden Silberpfeile, aktuell Pali der Einzige, der Punkte holt, also Flömer auf dem letzten Platz am Rumtokern. nicht sehr gut, also nicht souverän für ein Team, was wirklich gebaut ist, vorne zu fahren, aber es ist egal, denn ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. ist halt einfach der erfahrene Fahrer zeigt dem Unerfahrenen etwas, obwohl der Unerfahrene irgendwie seine Hausaufgaben nicht macht. Naja. So, Runde 31 Onboard bzw. live bei Spex, großartig, danke. Ähm, ja, so viel gibt es aktuell gar nicht mehr zu kommentieren, wie man magst, drei Sekunden Zeitstrafe. Der hat jetzt, glaube ich, auch schon einen halben Berg, damit könnte er auch schon sich das ein oder andere Auto kaufen. Blaue Flagge nähert sich an bei Pally. Ah, nee, der überhundet jemanden, das wollte ich sagen. Genau. Und wir sehen etwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte. das Delta zwischen Alex und Lennart ist klein. 4,0 3,6 Okay, da ist irgendwas passiert. Cam, bitte einmal da hinspringen. 3,6 3,6 3,6 Also irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht. Es sind noch vier Runden to go und Lennart, ja, der jetzt wieder Vorsprung ausbaut, aber der ist aktuell 2,8 Sekunden Alex übernimmt nicht im Ernst gleich die Führung, wenn das so weiter geht. Da ist irgendwas auf jeden Fall passiert. Dann wird das ja doch noch was mit dem Fluch hier. Helicam schön hier sieht man nochmal die komplizierten aber wunderschönen Assets die dem einen oder anderen schon mal einen Rennsieg gebracht haben dadurch dass der eigentlich Rennsieger Zeitstrafen hatte. So schnell kann es gehen. Und jetzt ist Alex kurz davor wirklich das Rennen anzuführen. Achtzehntel Vierzehntel und gleich ist es soweit. Wir können es nicht verfolgen. Was ist das los? Ja 0,4 Sekunden. Aber auch der Kampf zwischen Vatix und Mike F1 sieht alles andere als schlecht aus. Mike F1 will Shuttle kann sich daneben setzen auf der Land gerade unter dem Petronas Schild. So jetzt sind wir bei Alex und Lennart. Kampflinie Lennart Alex die beiden gehen Wheel-to-Wheel in die Kurve rein. Lennart kämpft. bei Lennart kann man sehen. Genau, der Flügel. Der hat einen richtigen Flügelschein. Das ist kaputt. Das ist natürlich jetzt alles andere als gut für ihn. Das ist nicht gut. Die Nummer 37 holt sich wenn alles gut läuft nächste Runde wirklich noch die Führung. Unglaublich. Lennart macht es ihm auf jeden Fall nicht einfach. Ne, auch mit kaputten Flügel. Nicht mit hartem Flügel. Mit kaputten Flügel kann man hier noch einige schaffen. also ja das einzige was er nicht machen darf und das ist seine Schwäche jetzt in den Asses. Er darf keine Zeitstrafe kriegen und er geht voll aufs Gas und geht Off-Track. und das sieht alles andere als gut aus. Jetzt Alex nein er hat einen Reelspin kommt schlecht aus der Kurve raus und Pally holt Zeit auf. Pally jetzt schon auf 5 Sekunden ran. Ne, das ist Mario Entschuldigung. Mario ist auf 5 Sekunden aber schon auf 7 Sekunden rauf gefahren das heißt auch da alles andere halt schlecht und jetzt sind die beiden W2W und Lennart fährt Kampflinie fährt lässt Alex dann wirklich keinen Platz und er versucht ihn sogar aufs Gras zu drücken Lennart auf P2 Alex führender und damit haben wir auch ja einen Positionswechsel der erstmal so bleiben wird da wird Lennart nichts mehr machen denn der Flügel ist wirklich hinüber und er geht sogar noch weit kriegt 3 Sekunden verbremst sich da alles andere als super für Lennart der wirklich Zubereen Rennen gezeigt hat auch er ich würde gerne mal wissen was da passiert ist wir haben da leider keine Sicht gesehen sehr schade und somit könnte es für Marius hoch gesehen sogar noch eine gute Position werden 3,0 Sekunden aktuell 2,6 jetzt jetzt sinkt auf jeden Fall sehr schnell 1,5 jetzt genau das sind diese S einfach du hast einfach keinen Anpressdruck mehr und dann ist es vorbei unter einer Sekunde jetzt wird spannend auf jeden Fall obwohl mit der S soll es dann easy vorbeigehen ich denke mal Marius also ich habe es gerade schon gesagt der flutscht ja echt überall durch perfektes Timing auf der geraden muss es nur noch gut rauskommen und das war es ja damit ist das safe vorbei 2,10 da kannst du nichts machen 1,10 und der Angriff steht ja parallel die beiden und schon ist Marius vorbei ja da kann Lennart sich nicht wehren 8 Sekunden ist Pally noch dahinter also für ihn wird das nichts mehr mit dem Podium obwohl Lennart ja auch 3 Sekunden hat ja für ihn ja das ist ärgerlich in den letzten 6 Runden verliert man ja 3 Plätze und ist anstatt erster auf dem Podium nur noch dritter obwohl Pally auch noch rankommen könnte 6,0 gerade waren es 8,4 ja 6,2 und jetzt müssen wir erstmal die S durch 5,5 4,9 also da wird auch nochmal die letzte Runde richtig spannend ja ja 3,6 jetzt Mike F1 kämpft immer noch mit Veltix die beiden geben sich gar nichts und das Rennen ist für die einfach noch nicht vorbei wir sind zwar in der letzten Runde aber das ist denen egal die fangen hier wheel to wheel geben sich nichts auf der Strecke dieser Positionskampf ist nämlich um den letzten Punkt in dieser auf dieser Strecke und kann noch alles bedeuten Onboard bei Pally jetzt der hat hier noch Angriff also der hat hier noch Angriffsfläche auf Lennart obwohl ich da stark bezweifle dass er da überhaupt das Podium bekommt so viel Zeitstrafen wie er schon wieder gesammelt hat aber auch für ihn wieder mehr als ein starkes Rennen würde ich sagen von 10 auf 4 ist wirklich keine schlechte Leistung und auch wenn es ein bisschen der Profiteur von dem Unfall zwischen Halutri und Dustin war ist das schon eine wirklich Leistung die man sehen kann aber auch von Marius muss man einfach sagen der einzige zweistopper da vorne in den Top 5 mit Dustin zusammen der ungewollten zweistopper ist ja der Rest ist einfach wirklich unglaublich still und da ist Marius der zweistopp König so gesehen wirklich der schnellste jetzt hier Pally und Lennart beide jetzt hintereinander und beide raus aus den Es ist richtig spannend die letzten kurven die letzten kurven Pally musste da mal richtig in die eisen gehen das hat man gesehen und somit steht es eigentlich fest wenn Lennart da jetzt nicht geschlecht ist ex der welt war es war die versucht noch einiges da passiert nichts mehr das war Pally auf P4 auf 3 Pally auf Podium die Zeitstrafen haben Lennart das gemit gebrochen oh wei Spex Gamer auf der 6 wird ins Ziel fahren Mima Max 5 Sekunden nicht der 5 Stop and Go und somit wird er auf die 14 zurück gereicht das auf jeden Fall ist das zweite Rennen in dem Lennart nicht auf das Podium fährt ja sonst war jedes mal eigentlich wenn er auf dem Podium war Platz 1 genau so sehe ich das auch Mike auf 1 auch nochmal 3 Sekunden heißt Weltix bekommt den letzten Punkt 2 Punkte noch für Novatek starke Leistung von ihm ja nach dem frühen Unfall also wirklich souverän und gut B-Docs auf P8 großartig aus 7 Novatek aber nochmal ein Querstär vom Feinsten und damit die beiden Boliden die sich hier noch ein Rennen ja das war der große Preis von Mexiko das Rennen ist zu Ende wir sehen jetzt noch das wunderschöne Podium endlich mal wieder ein Mercedes sag ich als Mercedes Fan natürlich ganz oben wieder der Weltmeisterschafts führende Alex und auf Position 2 dieses Mal überraschend der Marius der wirklich schon öfters gezeigt hat was er kann und ich denke mal damit verabschieden wir uns aus Mexiko wir sehen einer wirklich wunderschönen Strecke mit einer wunderschönen ersten Kurve und ich würde sagen der Rest gehört euch vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal ciao ciao so hier sehen wir nochmal den Start in der Slow-Mo und auf Platz 1 ist der Alex der ein wunderbares einmal freies Rennen gefahren hat und damit auch verdient sich den ersten Platz hier einfahren konnte auf Platz 2 ist der Marius auf P3 ist der Pally auf 4 ist Lennart auf 5 ist Spex Gamer auf 6 ist großartig auf 7 ist V-Dogs auf 8 ist Numartag auf 9 ist der Welttix und auf 10 ist Dustin abgerutscht aufgrund einer deftigen Strafe auf 11 ist Mike F1 auf 12 der Fahrrad 13 ist Stomme 15 Mimamarks 15 ist der Flömer 16 DNF der Halutri und auf 17 ist Ibims ein Profi auch DNF die schnellste Runde konnte der Marius fahren mit 1 15 978 Entschuldigung und dann kommen wir auch schon zur WM Tabelle da ist wie immer der Alex auf Platz 1 mit 268 Punkten auf 2 ist der Pally mit 208 Punkten auf 3 ist Dustin mit 176 Punkten auf Platz 4 direkt dahinter ist Lennart mit 100 Fumos 70 Punkten dann kommt auf 5 der Halutri auf 6 der Spex Gamer auf 7 der V-Docs auf 8 der Marius auf 9 der Novatec auf 10 der V-Tix auf 11 der Großartig auf 12 der Mike auf 13 der Stomme auf 14 der Pflümmer auf 15 ist Mimamarks auf 16 ist Maverick auf 17 ist Ibims ein Profi und auf 18 haben zum Schluss ist der Fahrer die Teams Alfa Romeo immer noch auf Platz 1 mit 351 Punkten auf Platz 2 ist Mercedes AMG auf 3 ist Racing Point auf 4 ist Renault auf 5 ist Haas auf 6 ist McLaren auf 7 ist Williams auf 8 ist Toro Rosso auf 9 ist Ferrari und ganz zum Schluss auf Platz 10 ist Red Bull Racing das nächste Rennen ist USA in Ostien am Sonntag den 26.11.2020 um 12 Uhr findet ihr das Video dann hier bei uns wieder auf unserem YouTube Kanal wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden sagen bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020